Gerade ganz aktuell bedeutet Aufmachen für mich wieder mehr Möglichkeiten zu spüren, Möglichkeiten zum Beisammensein, zum Feiern, zum Gottesdienstfeiern, einfach auch wieder Gemeinschaft zu erspüren. Am meisten freue ich mich wieder ganz echte Nähe erleben zu dürfen. Es macht einfach schon einen großen Unterschied, ob man sich über den Bildschirm sieht oder ob man wirklich vor Ort ist und gemeinsam Zeit verbringen darf und kann.